Seine Frau Kate kämpft derzeit gegen Krebs, genau wie sein Vater König Charles III. Dennoch ließ es sich Prinz William nicht nehmen, seinen 42. Geburtstag mit seinen Kindern beim ersten London-Konzert von Taylor Swift zu feiern. Ein Ständchen gab es sogar von Taylor persönlich. Ein Selfie mit dem US-Superstar musste für Prinz George und Prinzessin Charlotte natürlich auch gemacht werden, was der sonst so publicity-scheue Thronfolger direkt auf die offizielle Instagram-Seite des Prinzenpaars stellte. Warum das ganze Tamtam? Das kann laut Hofkennern nur einen Grund haben, um seiner Schwägerin Meghan einen Denkzettel zu verpassen. Immerhin torpedierte die Herzogin den Comeback-Auftritt von Prinzessin Kate nach deren Krebsbeichte bei der Trooping-The-Color-Parade mit einer schamlosen Instagram-Dauerwerbesendung für ihre Erdbeermarmelade, die sie Promis testen ließ. Ausgerechnet an Kates Tag musste sich Meghan wieder ins Gespräch bringen. Grund genug für William, der Ex-Schauspielerin zu zeigen, wer hier mehr Macht im Showbiz hat. Schließlich hätte die Frau von Aussteiger Royal Harry auch gern Kontakt zu der begehrtesten Sängerin des Planeten. Schon lange baggert Meghan an Taylor Swift. Den ersten Annäherungsversuch unternahm sie bereits vergangenes Jahr, als sie Tay-Tay in ihren damaligen Podcast Archetypes einlud. Doch die lehnte ab. In diesem Frühjahr lauerte Meghan ihr dann bei deren Konzert auf. Meghan besuchte ihr Konzert in L.A. und stellte sicher, dass alle wussten, dass sie anwesend war. Sie sprang aus ihrem Stuhl auf, um zu You Belong With Me zu grölen, erzählte eine Zuschauerin anschließend. Gebracht hat es nichts. Mit Meghan und Harry will sich kein namhafter Prominenter zeigen. Jeder hat einen Film zu verkaufen, eine Marke oder eine Platte, die auch in England Profit machen soll, erklärt die US-Adelsexpertin Paula Fröhlich. Und da haben die beiden sich nun mal ins Aus geschossen.